Frau Lager, die ersten zwei Disziplinen des Siebenkampfes sind absolviert. Wie ist so der Einstieg gewesen in den Wettkampf? Also Hürden, mein Start war wie immer nicht so prickelnd und der Lauf hat an sich gepasst, aber mit der Zeit bin ich jetzt nicht ganz zufrieden. Und Hochsprung ist gut gegangen, schaut, dass die 1,79 nicht mehr gegangen sind, aber 1,76 passt gut. Sie sind zum ersten Mal jetzt bei den Großen dabei. Wie ist so die Umstellung von den ganzen Nachwuchs-Europameisterschaften, Weltmeisterschaften jetzt zu der Europameisterschaft der allgemeinen Klasse? Ja, es ist schon nochmal ein Schritt mehr, würde ich sagen. Also es ist alles noch ein bisschen besser durchgeplant und natürlich viel mehr Leute und das Olympiastadion ist auch richtig cool, da zu starten. Okay, alles Gute weiterhin.